Herzlich Willkommen zum Event Rookie Produkt Test Video in Kooperation mit der Media Academy. Im heutigen Video möchten wir euch gerne das Stage Diver 2 Monitoring System der Firma In-Ear vorstellen. Jeder Musiker und Akteur auf der Bühne benötigt zur Eigenkontrolle den Gesang, das Instrumentenspiel und den passenden Takt aufs Ohr. Diesen Monitor Mix erhält man entweder über klassische Monitor-Lautsprecher auf der Bühne oder sogenannte In-Ears. Die Stage Diver 2 In-Ears werden in einem soliden Plastik-Mini-Case mit passendem Karabinerhaken geliefert und können somit gut geschützt auf jede Produktion mitgenommen werden. Im Lieferumfang enthalten sind neben den eigentlichen In-Ears noch drei Sets Ohrstöpsel in den Größen S, M und L, drei Reinigungstücher sowie ein Adapter von 3,5 mm Klinke auf 6,3 mm Klinke. Hier hat der Stage Diver auch gleich seine Besonderheit. Aus rund 500 Ohrabformungen wurde digital ein Gehäusedesign entwickelt, welches ohne aufwändige und kostenintensive Sonderanfertigungen nahezu jedes Ohr passt. Sehr praktisch ist die Steckverbindung zwischen Kabel und In-Ear-Gehäuse. Direkt an der Steckverbindung sind die verdrillten Kabel mit einer Kunststoffhülle überzogen. Da die Hülle aber nur ca. 5 cm des Kabelschützes, kann sich das Kabel bei häufigem Einsatz aufdrillen, was zu einem Qualitätsverlust des Signals führen kann. Das Anlegen der In-Ears funktioniert auch ohne fremde Hilfe und ohne große Schwierigkeiten. Die mitgelieferten Ohrstöpsel bieten guten Tragekomfort und schließen perfekt in der Ohrmuschel ab. Der Schall wird direkt in den Gehörgang geschickt und Geräusche der Außenwelt werden gut abgeschirmt. Erst nach mehrstündigem Einsatz lässt der Komfort der In-Ears merklich nach. Im Vergleich zu seinem großen Bruder, dem Stagediver 3, verfügt der hier gezeigte Stagediver 2 nur über zwei Treiber, kommt aber trotzdem mit sattem Klang daher. Egal ob beim Live-Einsatz oder am heimischen CD-Player, das Resümee war durchweg positiv. Die Klangqualität überzeugt trotz mittlerem Preissegment sowohl bei Klassik als auch bei Hip-Hop und Rock. Als Fazit lässt sich sagen, dass der Stagediver 2 In-Ears mit einem Preis von 369 Euro vor allem im Punkto Klang wie ein Profigerät überzeugen kann. Nur die angesprochene Kabelproblematik und der nicht auf Dauer ausgelegte Tragekomfort trüben das Urteil ein wenig.